Ich bin hier mit meiner Arbeitskollegin, weil sie noch einen Termin brauchte. Ich bin schon komplett geimpft, seit gestern. Ich bin in Husum geimpft worden, aber meine Kollegin brauchte noch einen Termin. Weil hier Moderna geimpft wird und ich eine Zweitimpfung Moderna habe und man die Zweitimpfung mit ihres Impfcenter buchen kann. Ich finde es einfach wichtig, sich dagegen impfen zu lassen, um meine Mitmenschen zu schützen. Ich bin ja noch ziemlich jung, aber meine Eltern sind Risikopatienten und deswegen lasse ich mich impfen. Ich habe den Aufruf mitbekommen. In mein Haus war es immer ziemlich schwer. Ich lege direkt an der Uni und kenne mich an der Uni am besten aus, wusste, wo ich hin soll und deswegen habe ich es dann hier gemacht. Ich habe Johnson genommen, einfach weil ich es entspannt finde, nur eine Impfung zu haben und von den Nebenwirkungen her ist es eigentlich ungefähr das Gleiche. Deswegen hatte ich da keine Bedenken und habe dann das genommen. Auf dem Papier gelten Sie wie gesagt mit Johnson & Johnson in zwei Wochen durchgeimpft. Mit Moderna gelten Sie durchgeimpft in sieben Wochen, sprich zwei Wochen nach dem zweiten Termin. Hast du gelegen? Wir haben Urlaub und dann haben wir uns dazu entschieden, uns einfach heute impfen zu lassen. Genau, ist ja für uns und unsere Mitmenschen dann ein Schritt genau in die Zukunft, dass wir, dass wir, dass wir wieder in Normalität kommen. Genau. Es kommt tatsächlich, weil meine Freundin keinen Termin bekommen hat und ich freu mich gerne mit ihr zusammen impfen lassen, damit wir vielleicht, wenn wir krank werden sollten, jetzt ist man zu zweit zu Hause bzw. dann, genau. Aber der Hausarzt hätte mich jetzt auch impfen, hätte mich jetzt auch geimpft, wäre kein Problem gewesen. Danke. Danke. Danke.